Ja, ich habe natürlich auch den Song mal rausgesucht. Es gibt, glaube ich, mittlerweile so an die 180 Freizeitliedern. Das erste Freizeitlied war 1985, das Möhlhorstlied. Das hat 29 Strophen. Das singe ich aber jetzt nicht. Aber ich habe mal aus den Liedern versucht, so ein Das-Lied rauszusuchen, was so beschreibt, was AG Freizeit wirklich ausmacht. Und was auch so mit am liebsten gesungen wird. Ich dachte, der Blank und der Hund so. Okay, Björn. Futter streit am Tisch, Bidde, Bidde, wer hat all die Zöne? Karsten dreht am Rad und ja, Brehle ist schon satt. Ich bin der Karsten Kuller, Hunger hier, Hunger da, Hunger hot, sasa. Aber von Volker Naumann nehm ich das, was mir gefällt. Wir haben ein Haus, drei Busse, zwei Passat. Und abends geht's Salat und Blöde fliegen durch das Haus. Wir haben ein Haus, drei Busse, zwei Passat. Und abends geht's Salat und Blöde fliegen durch das Haus. Sieben heißt kurz vor neun, Petra holt mich um acht, wenn künkt, jetzt ist schon halb acht. Wo hat sie die Nacht verbracht? Ich bin die Heike Deichsel, mecker hier, mecker da, mecker hot, sasa. Ich bin die Heike Deichsel, sag, was mir nicht gefällt. Wir haben ein Haus, drei Busse, zwei Passat. Und abends geht's Salat und Blöde fliegen durch das Haus. Wir haben ein Haus, drei Busse, zwei Passat und abends geht's Salat. Und Blöde fliegen durch das Haus. Zum, 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 mein Bienenstock bleibt sauber. War das nicht der Jürgen hoch, der da auf dem Wischmopp flog. Ich seh aus wie die Bienenmaier, Kappa auf Tisch und Anbel und Sasa. Und zwar, ich bin der Meister, Popper, ich putz, was mir gefällt. Wir haben ein Haus, drei Busse, zwei Passat und abends geht's Salat. Und Blöde fliegen durch das Haus. Wir haben ein Haus, drei Busse, zwei Passat und abends geht's Salat. Und Blöde fliegen durch das Haus. Hartmut ist steinreich, er will aber nicht für mich bezahlen. Ich hab Mama schon bestellt, Hartmut, gib mir das Spiel dein Geld. Ich bin Julli-Later, Hartmut, hör mir doch mal zu. Ich bin Julli-Later, du zahlst und dann wir tun. Wir haben ein Haus, drei Busse, zwei Passat und abends geht's Salat. Und Blöde fliegen durch das Haus. Wir haben ein Haus, drei Busse, zwei Passat und abends geht's Salat. Und Blöde fliegen durch das Haus. So eine Frage, die in 25 Jahren AG Freizeit immer begleitet, ist eigentlich, wer ist eigentlich der Chef bei euch? Abi! Bernd, Bernd, du! Aber abgesehen von Bernd. Ach, Bernd, Bernd! Abgesehen von Bernd haben wir natürlich keinen Chef, sind ja nicht hierarchisch strukturiert oder so, aber seit letzten Sommer Freizeit, also in diesem Jahr, haben wir zumindest ein Häuptling. Das ist ja auch schon. Das ist ja beim neuesten Freizeitlied angekommen. Aber nächstes Jahr ist wieder noch neu. Schön war er, der gelbe Bus, keiner der drin saß, ging zu Fuß, bis Anja Jürgen angerufen hat, sie später kämpft, weil Reifen platt. Das ist ja wieder beim Anfang kaputten Autos, ne? Da sprach der Jürgen, der Häuptling der AG Freizeit, ich brauch jetzt'n Mittagsschlaf, schwer ist der Begriff. Buff! 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 Jaui! Da sprach der Jürgen, der Häuptling der AG Freizeit, ich brauch jetzt'n Mittagsschlafschmerz, der Beruf muss. Der Jürgen gräbt Luftballons aus und bringt sie alle mit nach Haus. Und die Nadine, die nennt ihn keck, alle Luftballons wieder weg. Da sprach der Jürgen, der Häuptling der AG Freizeit, ich brauch jetzt'n Mittagsschlafschmerz, der Beruf muss. Da sprach der Jürgen, der Häuptling der AG Freizeit, ich brauch jetzt'n Mittagsschlafschmerz, der Beruf muss. Ich mach's genauso, genau. Hey, hey, hey! Was ist das, mach'n Toma? Hey! Hey, hey, hey. Untertitelung. BR 2018 Die Füße fiel zu klein und so kam sie auf den Stolpern, meine arme Clementine. Oh, wie schade, oh, wie schade, oh, wie schade Clementine. Ich verlor mein Glück für immer, kann nie wieder bei mir sein. Eines Tags beim Entenfüttern trat sie auf nen Spitzenstein und sie fiel zu ihren Enten in das kalte Nass hinein. Ich seh noch ihr letztes Winken und ich sah sie traurig an und so musste sie ertrinken, weil ich doch nicht schwimmen kann. Oh, wie schade, 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 oh, wie schade. Schade, oh, wie schade, oh, wie schade, oh. Annen die Goppen, Annen die Goppen. 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 Annen die Goppen. Annen die Goppen, Annen die Goppen. Annen die Goppen.